Seit fast drei Jahren moderiert Giovanni Zarella, 46, nun seine eigene Musik so im ZDF, während Florian Silbereisen, 42, weiterhin im Ersten und die Gunst der Zuschauer buhlt, oft sogar mit denselben singenden Gästen. Trotzdem wollen die beiden von Rivalität nichts wissen und betonen stets, wie gute Freunde sie doch immer noch sind. Er ist für mich ein Kumpel, mit dem ich viele tolle Abend und Gespräche erlebt habe. Wir haben ein unglaublich tolles Verhältnis, so Giovanni über Florian. Das kann ja auch stimmen, doch eine Freundschaft schließt Konkurrenz nun mal nicht aus. Das behauptet zumindest einer, der es wissen könnte, Nino de Angelo, der, jenseits von Eden, star, war schon bei beiden Enterteinern zu Gast und weiß, wie es wirklich in der scheinbar heilen Schlagerwelt zugeht. Hinter den Taf-Kulissen gibt es natürlich noch immer mehr die Künstler, die bei Zarella auftreten, und es gibt die, die mehr bei Silbereisen auftreten, so der gebürtige Karlsruher im Interview mit Nachrichten 360. Das ist ein bisschen Konkurrenzkampf. Er selbst gibt sogar zu, eher ein Firma von Giovannis Sendung zu sein. Für mich persönlich ist der leife Charakter da schöner, sagt er, und er ist nicht der einzige. Auch Vanessa Mai hat Floris' Samstagabendshow bereits eine Absage erteilt. Ich kann da nicht mehr reingehen, sagt sie, doch in der Giovanni-Zarella-Show ist sie dagegen öfter zu Besuch. Ganz schön bitter für Florian, zumal er massgeblich an Giovannis' Erfolg beteiligt war. Schließlich hatte er den ehemaligen Prosis-Sänger immer zu sich in die Sendung geholt, als dieser anfing, Schlagermusik zu machen. Dass der Sänger mit den italienischen Wurzeln nun beliebter zu sein scheint, dürfte dem Bayern sicher wehtun, wenn sich diese Enttäuschung nicht doch noch auf die private Freundschaft zwischen den beiden auswirkt. Florian Silbereisen und Giovanni-Zarella mögen nach außen hin den Eindruck vermitteln, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, doch die Realität hinter den Kulissen könnte komplexer sein. Trotz aller öffentlichen Freundschaftsbeteuerungen ist es wahrscheinlich, dass ein gewisser Konkurrenzdruck zwischen den beiden besteht, der möglicherweise langfristige Auswirkungen auf ihre Beziehung haben könnte. Ob sie es schaffen, ihre Freundschaft trotz beruflicher Rivalität aufrecht zu erhalten, bleibt abzuwarten.